Abteilung 4C. Inspektor Gonsard, schnell! Überwachen Sie jeden Schritt des Amerikaners. Er darf auf keinen Fall das Haus verlassen. Hindern Sie ihn, falls es nötig ist, mit Gewalt daran. Terroristen. Die sprengen sicher wieder irgendwas in die Luft und wundern sich dann, wenn man sie aufhängt. Es ist klar, dass der Amerikaner aus dem Weg geräumt werden muss, aber kaum. Er ist ein guter Geheimagent, aber ein wenigstens pflichtbewusst. Tja, Mann. Ein Agent? Hier im Haus? Sie sehen Gespenster, mein Lieber. Sie wittern hinter jeder Tür Agenten und Saboteure. Hallo, Marc. Hi. Du siehst gut aus. Du siehst ziemlich schlecht aus. Es tut mir leid, Marc. Aber woran liegt das? An den Frauen? Am Brandy? Oder am Poker? Von allem etwas. Guten Abend, meine Pferdchen. Ich hoffe, dass die Augen meiner Gäste mit dem gleichen Wohlgefallen noch verschwunden werden wie die meinen. Viel Spaß bei deiner diplomatischen Mission. Hau ab. Sie werden nicht mehr. Sie werden nicht mehr. Sie werden nicht mehr. Und wo wollen wir uns treffen? Ich schlage vor, wir sehen uns im chinesischen Kino zur Frühvorstellung. Ich bin verrückt auf chinesisches Kino. Ich muss dir leider sagen, dass ich das für eine schlechte Idee halte. Das lässt sich nicht machen, ohne ihn zu töten. Ein sehr hübscher Stein. Aber ich bin doch kein Hehler. Wieso eigentlich nicht? Wenn der Rauschgifthandel mal nicht mehr so floriert, wäre das doch ein ganz guter Ausgleich. Oder finden Sie nicht? Aber das Wichtigste ist doch, dass ich dich liebe und dass du mich liebst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017